So, also, ja, ähm, hier haben wir anscheinend Dance-Party. Hier hüpfen alle wie verrückt, ich glaub's ja nicht. Was ist das denn jetzt? Oh, nee, also, nee, echt, sorry, nee, das muss ich mich jetzt ändern. Für alle, die das Ding hier sehr gerne mögen, also ist jetzt ein bisschen blöd. So, machen wir gleich frisch aus der Dusche weiter, obwohl ich jetzt gerade eben nicht geduscht habe. Wir müssen Zombies töten. Wir haben eine Mission. Wie jede Nacht, Zombies von meiner Farm abhalten. Und ich glaube, das ist uns bis jetzt noch sehr gelungen. Scheiße, okay. Ich trau mich mal, diesen Hurensohn da oben zu fertig zu machen. Jetzt komm doch mal her. Stirb! Ha, ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn getroffen und er macht nichts. Schon wieder getroffen. Vielleicht könnt ihr es sehen. Ha, schon wieder getroffen. Ha, ich hab ihn getötet. Ha, ich bin doch geil, ey. Jawoll. Haben wir wieder einen Übeltäter hier wegbekommen. Jetzt weiß ich zumindest, wie man die am leichtesten wegbekommt hier. Also umbringt. Da gibt's sogar Clay. Oder was ist das? Gunpowder. Ach, wie geil. Ach, wie geil. Weißt du, da hab ich schon wieder was, was ich zum Beispiel wieder nicht wusste. Dass man von den Typen Gunpowder bekommt. Und schon wieder was gelernt, sag ich da nur. Und da ist ein Zombie, das will irgendwie meine Enten überfallen. Scheiße, das ist mal mein Entenstall. Ey, verzieh dich. Aus meinem Entenstall hier. Hallo, geht's noch? Ey, jetzt verzieh dich mal. Ey, was soll denn der Scheiß? So, also du kannst doch nicht bei meinen Enten reinspringen oder was. Ey, weißt du, wie unhöflich das ist? Das sind voll meine Enten. Jetzt fass ich's aber nicht, ey. Hallo, der kann doch nicht einfach in meinen Entenstall. Da geht's, ist mein Fleisch. Ja, das ist echt mal mein Ding. Jetzt hat er super. Jetzt hat dieser kleine Bastard mir ein Schwein kaputt gemacht. Boah, ey, ich mach euch Zombies so alle nieder. Ey, ey, da könnt ihr gar nicht mehr gucken. So schnell seid ihr tot, ey. Jetzt hat sie ein schönes, geiles Schwein von mir getötet, Mann. Ich fass es nicht. Was für eine Frechheit. Jetzt muss ich wieder eins töten. Mann! Ich verliere hier meine Schweine schlagartig. Das tut mir jetzt auch richtig leid für meine Schweinchen hier. Das wollte ich nicht. Aber wenn ihr mir einfach entfliegt, oder wenn ihr einfach abhaut, das geht halt nicht so. Ich mach euch dann auch gleich wieder mehr. Also mehr Typen. Ich hol euch mal schnell Getreide. Ah, da zwei Zombies. Und eine Spinne. Oh, drei gegen ein. Das wird mies. Das wird ein mieser Kampf. Yo, Motherfucker. Wow, jetzt haben sie mich entdeckt, weil ich so laut geschrien hab. So, wer ist der Erste? Wer ist der Erste? Ja, fick dich. Wow, voll erwischt, Alter. Hahaha, verpiss dich, verpiss dich. Ja, was guckst du so blöd, hä? Headdatch, headdatch. Ja, voll Touchdown. Eiskalt niedergemacht. Ach ja, du bist auch noch da. Voll in die Fresse. Voll in die Fresse. Voll in die Fresse. Voll in die Fresse tot. Der hat mich... Ach, scheiße, der hatte mich fast erledigt. Respekt. So, jetzt müssen wir hier wieder gucken. Was es hier wieder so gibt. Oder ob es da noch Zombies gibt. Nee. Nee, ich glaub nicht. Nee. Wegen den bescheuerten Zombies hab ich jetzt vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Ich hab's einfach vergessen. Komisch. Ich wollt irgendwas machen, aber ich hab keine Ahnung mehr. Tut mir leid. Das ist irgendwie komisch. Ich hab wieder... Ich hab wieder keine Ahnung. Mamm, 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 mamm. So, jetzt sind wir auch wieder voll gegessen. Jetzt können wir auch hier wieder KP bekommen. Komisch. Was wollte ich denn jetzt? Also schlafen wollte ich sicher nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab wirklich keine Ahnung mehr. Egal. Dann sollten wir mal unsere Krimskramskiste aufpullen. Hier haben wir nämlich ganz schön viel Schrott. Zum Beispiel. Jedes. Gunpowder. Federn. Dreck brauch ich... Oh, da hab ich ja... Ach, ich dussel. Da hab ich ja richtig viel Dreck da drinnen. Ach. Ja, geil. Ach, das wusste ich gar nicht. Ha. Ja, geil. So, Spider-Eye brauch ich zum Beispiel wieder nicht. Leiter brauch ich auch nicht. Sand brauch ich jetzt irgendwie auch weniger. Die wollen wir jetzt auch mal in Schafsstall tun hier. Die tut mir auch. Und die Eier muss ich dann auch noch wegtun. Machen wir erstmal das... Die Eier hier. Tun wir die auch mal schnell in die Eierkiste. Hier haben wir auch noch eins bekommen. Hier, danke. Hier hab ich das auch schon. Nee, da sind zwei am Rand, aber ich komm nicht hin. Na super. Na super. Und wie geht's, kleiner Fratz? Alles klaro? Yeah. Das geht. So. Wir reden hier mit virtuellen Hühnern oder Enten. Je nachdem. Ich weiß nicht, was diese hässlichen Dinger da sollen. Aber egal. So, acht Eier haben wir hier. Jawohl. Also wie ich sehe, haben wir keine Zombies. Wahrscheinlich hab ich schon... Oh, da sind viele. Da hinten. Jetzt, wo ich's erwähne. Jetzt, wo ich's erwähne, gell. Oh, da sind auch so diese großen Dinger da. Ich trau mich jetzt nicht. Ey, ich wollte gerade sagen, ich trau mich, aber da hab ich den Bogenschützen gesehen. Hab ich gesagt, dann trau ich mich doch nicht. Ich glaub, der kommt jetzt zu mir. Ah! Scheiße! Der beamt sich. Äh, der teleportiert sich jetzt. Ach, jetzt ist der da oben. Alter, what the fuck? Hilfe, lass mich in Ruhe. Stirb! Stirb, du hässliches Drecksviech. Ja, was willst du, hä? Hast du Probleme, hä? Jawohl, hä? Hä, hä, hä? Hast du Probleme? Jawohl, stirb. So, noch ein Schlag und du bist deaf. Ha, ich bin doch gut. Ich hab dich umgebracht. So ist jetzt dieser hässliche, große Typ. Kommst du mal runter, du Bauer? Das ist jetzt das erste Mal, wo ich mich trau, dich zu töten. Wow! Aber du musst mich doch nicht so erschrecken, Mann! Fuck! Scheiße! Fucking! Fucking Face the Night! Wow! Jetzt sind es irgendwie ein bisschen viele. Das wird Zimmer schon Level 13. Das geht auch schnell. Wow! Komm her, du brennender Wichser! Aha, hast du Probleme, hast du Probleme, hä? Ja, ein Schlag und du bist weg. Ha. So, wow! Hab ich auch noch von hinten angreifen. Ihr seid so feigling, ihr Alter. Befreit! Wuhu! Wir sind befreit von Zombies! Ich hab sie wieder alle verteidigt. Hab meine Fahnen wieder erfolgreich verteidigt. Wie immer eigentlich. Super. Dann haben wir hier schon mal eine kleine Auszeit hier von diesen Zombies wieder. Diese Nacht. Können wir uns wieder freuen darauf. So. Scheiße. Wie bin ich da jetzt wieder rübergekommen, hä? Hab ich wieder gar nicht aufgepasst hier. Ah! Schnell zumachen. Also hier, die legen Eier, das ist der Wahnsinn. So, dann können wir jetzt auch gleich das Getreide hier, das wir hier bekommen, verwenden für diese Viecher hier. So, dann gehen wir hier auch hier hin. Da guckt sie alle, gell? Wie viel futter ich hier für euch? Absähne. Absahne. Extra für euch, ihr hässlichen Viecher. So. Äh. Ja. Bum. Jetzt haben wir wieder 10 Getreide. Ui. Haben wir wieder viel. Viel erbeutet. So, jetzt kommt es mal her. Ich will euch wieder, dass ihr euch vermehrt. Waaah! Schnell rein! So, ich hab's geschafft. Erfolgreich. So, jetzt kommen alle. So, ihr Schweinchen, ihr bekommt jetzt dann auch gleich was. Wer will, wer hat noch nicht. Wer will, wer mag, hat noch nicht. Ja, da. Jetzt poppt's ihr mal hier und dann poppt's ihr hier auch mal. Macht's mal hin, ey. Da. Und poppt du mit dem. Mit dem. Ich kann irgendeinen mit dem poppen, schnell. Ja, okay. Gut, dann haben wir hier, glaube ich, jetzt langsam mal genug. Ah, die überfallen sich. Ja, nein. Scheiße. Genau, das wollte ich nicht. Müssen wir halt schon wieder eins töten. Sorry, aber. Ich hab halt, ich hab halt keinen Plan. Wie ich das anders regeln soll. Tut mir leid. Anders geht's nicht. Jetzt haben wir hier wieder Fleisch. Ein dickes Ding hier. So, und ich denke, unsere Bäume wachsen ja auch schnell. Und ich denke, wir machen hier dann auch jetzt später dann wieder weiter.